Okay, stell dir vor, du bist auf Arbeit und sagst, weißt du, heute tue ich meinen Kollegen was Gutes, machst Frühstück, kochst Kaffee im Hektoliter, alle bekommen Servietten mit ihren Namen drauf, das volle Programm. Dann kommt Karen und sagt so, ja, war meine Idee, Leute. Und alle so, yay, Karen, danke, Karen. Und du so, Karen, du verdammte Stück... Das ist The Cycle Frontier, das Spiel, in dem wir alle am gleichen Problem arbeiten, nur keiner gönnt dem anderen. Nee, ernsthaft, ich habe The Cycle Frontier schon seit längerem auf dem Schirm, aber einfach aus dem Grund, dass ich ein großer Fan von Hunt Showdown bin und da The Cycle sich zu einem Extraction Game umfunktionierte, anstatt dem ursprünglichen Plan eines Battle Royales durchzuziehen, bin ich seit der Neuigkeit am Twitter aktualisieren, wann jetzt eine neue Beta aktiv wird. Heute ist der Tag, beziehungsweise gestern schon und dieser Tag läuft noch bis zum 4. April, also falls du Lust hast, The Cycle zu probieren, schau einfach mal auf Steam vorbei und vielleicht bekommst du Zugang. The Cycle Frontier ist ein PvP-V-E-Game, in dem wir als Prospector auf dem von Naturkatastrophen, Aliens und TikToker eingenommenen Planeten Fortuna 3 reisen, um Ressourcen für drei Fraktionen zu sammeln. Fortuna 3 klingt vielleicht im ersten Moment wie ein Urlaubsziel in Portugal, ist aber in Wirklichkeit ein Planet, der so verdammt gefährlich ist, dass mir eine Woche Kartellgefängnis in Mexiko lieber wäre, als dort einen Abend auf ein Dinner eingeladen zu werden. Dennoch bringt uns unser finanzieller Notstand dazu, über unseren Schatten zu springen und landen an dem Ort, an dem alles unser Gesicht vom Knochen fressen möchte. Sieht alles gar nicht so schlimm aus, denken wir uns im ersten Moment. Die Vegetation sieht aus wie das Kunstprojekt eines ambitionierten Gärtners, viele kleine funkelnde Steine, die mit Sicherheit für die Schulden beim Crack-Dealer Aegon aufkommen, rumliegende Wertmaterialien, die nur darauf warten, von uns abgebaut zu werden. Dann werden wir mit der harten Wahrheit konfrontiert und begrüßen die Lebenbewesen dieses Planetens, die uns über die stammesübliche Begrüßung zeigen, was sie von uns halten. Mit allem im Gesicht, was die Schleimhäute dieses Wesens zu bieten hatten, nehmen wir das erbeutete Gut und Flitzen, um einen Ausgang zu finden. Leider Gottes ist unser Charakter seit der Geburt Kettenraucher, wodurch unsere Ausdaueranzeige nach jedem kurzen Sprint gefolgt wird, von einem so unfassbar lauten Durchatmen, dass Lebewesen auf Nachbarplaneten fragen würden, ob Tuberkulose auf Fortuna 3 ausgebrochen ist. Nun stellt sich raus, wir sind in der falschen Nachbarschaft. Hier gibt es andere geldknappe Dudes, die vielleicht meine Beute wollen. Wir sehen, wie einer sich die Lamas des Planeten vom Leib hält und nutzen die Gunst der Stunde, um seine Karriere zu beenden. Besser wir schießen, bevor wir anfangen Fragen zu stellen. Wir schaffen es zum Ausgang und werden über den lautesten und auffälligsten Flieger im Universum abgeholt, der scheinbar noch tanken musste, bevor er losfliegt. Im Vergleich zum zeitlichen Druck, den wir verspüren, war unser Pilot die Ruhe in Person. Dennoch kamen wir in einem Stück nach Hause und durften unsere Beute für den Weiterverkauf schätzen lassen. Okay, also was erwartet dich in The Cycle? An sich ist die Welt mega schön, der Artstyle ist atemberaubend, die Maps sind wunderschön gestaltet und ich denke, darin liegt so die größte Stärke in diesem Projekt. Seien es Sümpfe mit riesigen Skeletten verstorbener fremdartiger Lebensformen, mangrovenartige Gewächse, die in ihrer farblich sowohl als auch befremdlich gestalteten Form sensationell einblenden in diesem Charme eines Planeten, den man in einem Survival-Spiel zum Beispiel entdecken wollen würde. Das PvP-Ve-Konzept ist meiner Meinung nach irgendwie so ein bisschen die Zukunft und ich bin mit allen Spielen dieser Art on board. Nur fühlt sich Gunplay, der doch irgendwo so ein bisschen wichtig ist, nicht so ganz on point an. Damage wird manchmal mega bizarr angerechnet, zum Beispiel bekomme ich, ich habe irgendeinen Punkt einen Treffer mit einem Scharfschützengewehr. Mein Bild drängt sich mit Blut, aber meine Lebensleiste tut so, als wenn ich mir gerade einen unbedeutenden Pickel ausgedrückt hätte. Das allgemeine Gefühl vom Schießen ähnelt sehr zum Beispiel Super People oder PUBG. Bei dem du jetzt nicht wirklich weißt, haben jetzt alle Schüsse getroffen, ging es vorbei, du bekommst nicht wirklich Feedback und das alles fühlt sich sehr, sehr klumpig an. Performance wiederum ist okay, Mittelklasse-Grafikkarten bekommen locker 100 bis 120 FPS auf hohen Einstellungen. Nur fehlen mir für die Grafik noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel Anti-Aliasing, nur so um ein Beispiel zu nennen. Die Waffen sind cool und fühlen sich auf den ersten Blick recht balanced an. Eine Sniper töte per Kopfschuss, SMGs leiden auf Reichweite, ARs haben eine niedrige Feuerrate, sind aber auf Reichweite effektiver. Ich denke, das Thema Balance haben sie ziemlich gut im Griff bekommen. In Sachen Enemy-Vielfalt hat man sehr viel von zwei Sorte Gegner im Spiel, die du eigentlich überall siehst. Selten bekommt man das Gefühl, dass es da mehr gibt. Also ich sag mal, gibt es, aber die sind sehr selten. Economy und Management sind so mein größtes Problem am Spiel und ich erklär kurz warum. Du hast drei unterschiedliche Währungen. Ich meine, ist klar, wird free to play, wie soll es auch anders sein? Einer dachte sich aber wohl, es wäre gut, dieses Schema ins Spiel zu bringen, welches du typischerweise in Handyspielen findest. Bei dem du jetzt zum Beispiel was upgraden möchtest, aber das dauert halt. Nun ja, du könntest natürlich diese Währung hier nutzen, um das Ganze zu beschleunigen. Das ist ein kack Design-Choice für ein PC-Spiel, bei dem du versuchst, aktive Spielerzahlen zu grinden. Für SimCity oder so, wo ich auf Toilette bin und ein Hochhaus kurz abfarme und zwei Stunden später das gleiche wiederhole. Okay, cool. Aber nicht bei einem Spiel, wo ich mich aktiv vorm Rechner hinsetze zum Spielen. Auch ist der Social Hub an sich eine coole Idee, nur ständig rennst du von A nach B, um deinen Loadout zurechtzubasteln und Quests abzuholen. Das Inventar ist ein absoluter Albtraum. Den Alles-Tab kannst du komplett vergessen. Es gibt zwar Unterkategorien, aber nichts darauf ausgelegt, um so wenig Zeit wie möglich in der Basis zu verbringen. Und dort verbringst du eine Menge Zeit. Was dabei auch nicht hilft, ist die Tatsache, sagen wir, du bist nicht wie ich und hast Freunde. Du gehst mit denen rein und wirst als Erster und Einziger deines Lebens beraubt und der Rest farmt weiter. Und selbst wenn sie extracten wollen, sind die meisten so weit entfernt, dass es ewig dauert, überhaupt dort hinzukommen. Du kannst nicht gerespawnt werden, aber ich sag mal, das ist ein Design-Choice. Aber weder kannst du danach den Gegner oder deine Teammates spectaten. Was bedeutet, die ganze Zeit bist du auf der Basis und darfst dir anschauen, wie der Timer des für dich craftenden Rucksacks abläuft. Wie gesagt, ich bin großer Fan des Konzeptes eines Extraction-Spiels. Der Artstyle ist wunderschön und die Tatsache, dass du Aufgaben bekommst, ist mega gut und bringt dem Erlebnis, Fortuna 3 zu besuchen, in wirklichem Wert und Bedeutung. Nur denke ich, abseits der technischen Schwierigkeiten einer Beta werden wir eine Menge Quality-of-Life-Updates bekommen und ich glaube, solange das Ding nicht von EA gepublished wird, können wir vielleicht in einem Dreivierteljahr mit einem Full-Release rechnen. Dennoch ist es ein gutes Spiel und hat viel Potenzial und ich denke, wenn wir hier eines Tages den Full-Release bekommen, könnte dieses Spiel dieses Sci-Fi-Extraction-Shooter-Jucken am unerreichbaren Mittelpunkt meines Rückens kratzen und uns lange Zeit beschäftigen. Nun ja, wisst ihr, was noch den unerreichbaren Mittelpunkt meines Rückens kratzt? Richtig, der Abo-Button unter diesem Video. Also falls du super cool bist, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Ich-Trage-Unfassbare-Coolness-In-Me-Button drückst. Somit bleibst du auf dem Laufenden zu News-Reviews-Previews zu releasenden Spiel und außerdem würdest du mir eine richtig dicke Freude machen, wenn ich das nächste Mal in meine Analytik schaue. Dir haben sonst noch einen unfassbar wundervollen Tag für dich gedrückt und hoffentlich bis bald. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.